Hola, que tal amigas y amigos. Mein Name ist Marius und ich habe die große Ehre der Synchronsprecher von Denver aus Haus des Geldes zu sein. Speaking of, der Trailer der fünften Staffel von Haus des Geldes ist heute rausgekommen. Viele von euch haben mich schon markiert, aber ich habe ihn mir noch nicht reingezogen. Aus gutem Grund, denn ich will ein Reaction-Video machen und das will ich jetzt machen. Ihr schaut mir dabei zu. Ich will keine Zeit verlieren, ich drücke direkt auf Start und ich würde sagen, vamos. Wenn du 100 Stunden eingesperrt warst, angekettet zwischen Leben und Tod und deine beste Freundin verloren hast, dann kommen dir diese 100 Stunden wie 100 Jahre vor. Schachmatt. Geil, es ist die Szene mit Alicia der Cliffhanger in der letzten Staffel. Professors in Ketten. Hallo Lissabon. Das Regen über Luftbecken wurde entdeckt. Es wäre möglich, dass ihr mich das letzte Mal hört. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Alter Tamayo sagt, es hat vier Staffeln, jedes Mal jetzt haben wir sie. Und die werden jedes Mal aufs Neue gefickt. Ich bin gespannt, ob sie sie diesmal haben. Ich werde die Armee einschalten. Soldaten, die bereit sind, für die Sache zu starten. Soldaten, die bereit sind, für die Sache zu sterben. Armee ist am Start. Das sieht mega nach Abriss aus. Aber ganz ehrlich, alles andere als einen kompletten Abriss bei der finalen Staffel von Haus des Geldes akzeptiere ich nicht. Forget it. Riede dich von hier. Ohne Vater. Ohne Plan. Geil, Digga. Geil. Und ohne Hoffnung. Dann war es am Start. Natürlich. In your face, you hold it. Brute, Alter. Ganz ehrlich, eine Staffel, in der Gandia aufs Moral bekommt, ist eine gute Staffel. Ich tricke die ganze Zeit. Nice. Auf in die letzte Schlacht. Auf in die letzte Schlacht. Vamos, vamos. Los. Ja, los. Na, los. Dein Junge, Alter. Abriss, Abriss, Junge. Das ist so geil. Kraftige Freiheit, die nur die bekennen lernen können. Explosionen, rumgeballer, alles. Ey, mach die Bankplatte, ist mir scheißegal. Berlin ist am Start. Ey, ganz ehrlich, Berlin. Ey, nichts gegen Denmar, Denmar ist Liebe. Aber Berlin ist die geilste Sau der Welt. Liebe Grüße an Sven Gerhardt, sein Synchronsprecher, mein lieben Kollegen. Geil. Heftig, Alter. Ja. War's das? Ja, das war... Ey, wie... Stopp, stopp, stopp. Das ist einfach... On point. Das ist... On fucking point. On point. Äh, love it. Verrät nicht zu viel, ist on point. Übrigens, ich bin nicht so gespoilert, wie viele denken. Ich kenne maximal die Szenen von Denver, alles andere kenne ich nicht. Im Synchronstudio werden mir halt nur die eigenen Szenen gezeigt. Und unsere synchrone Regisseurin, die großen Werte auf uns nicht zu erzählen, was passiert. Ähm, was soll ich sagen, Alter? Das Ding wird durch die Decke gehen. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Trailer haltet. Ich finde ihn mega. Ich bin so krass gehypt. 3. September. Save the date. I love you. Bis dann. Amor. Boom. Bis zum nächsten Mal.